Wir wollten nur mal den Kollegen kurz Hallo sagen. Was können wir denn drüber verraten? Hallo, danke sehr, danke sehr. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wenn man den Boxclub-Hit nicht kennt, ich glaube, dann hat man echt verpennt. Wir sind hier Backstage, wir beide, und man hört wirklich relativ wenig. Wir haben keine Kopfhörer drin. Freunde, Volksmusik ist in der Moderne angekommen. Guck uns an. Generell haben die Jungs, glaube ich, auch einfach so ein großes Bruder, also so ein großer Bruder, so Charakter irgendwie. Es geht um die Heimat, es geht um Freundschaft, es geht um Ladies, es ist einfach cool. Und Volksmusik ist einfach geil und macht Spaß. Und das wollen wir mit dem Album auch wieder zeigen. Für die Jungs habe ich sogar einen Dirndl angezogen. Habe ich, glaube, die Frage war, ob es was Neues gibt, oder? Ja, genau. Also Manuel Neuer. Nein, ist immer der Neue, genau. Die Message kommt an, wir haben eigentlich noch lange nicht genug von all dem, was wir machen. Die Akustik-Serie heißt Ich liebe Schlager, wo ich so quasi meine Lieblings-Hits der letzten 30, 40 Jahre Schlager auf meine ganz eigene Art interpretiere. Wir sind jetzt erstmal froh, dass wir unser Album draußen haben, dass das auf jeden Fall auch so gut ankommt. Das weiß man ja auch vorher nicht. Und wer weiß, was alles noch passiert. Es gibt viele Explosionen, viele Raketen, viele, wie heißt das? Emotionen. Emotionen, Emotionen.